die selben doppel zufall oh jetzt wollen sie es wissen und damit hallo und herzlich willkommen zurück bei der mutiliewende auf der blutenschadt gegen die gleichen wie vorhin also wie beim letzten video also wie vorgestern oder gestern letzten zwei gegen zwei video wir haben ja kein sendeplan richtig wir sind spontan nein wir haben seine bladen vom prinzip ihr wisst nie ob was kommt und wie viel kommt nene es kommt also ich würde täglich auf jeden fall eins gegen eins mit fotos machen das kommt auf jeden fall jetzt wird der schieß kommen oder bei double zufall da kommt definitiv schieß käse hauptsache nicht doppelt zurück jetzt das wäre jetzt böse eines fotos der andere ist auch fotos ein geld und ein gas geklaut bevor ich nicht weiter dicht machen soll ich das gas durchkommen lassen oder abbrechen weiß ich nicht das ist nicht 75 ne kostet mir 75 ja ah ich spreche es ab doppelgate der andere baut auch doppelgate doppelgate öffnung das ist das ist das ist das ist das ist kein mensch da ist eine pilone in stelle die haben nicht mal gescoutet ne naja die müssten eigentlich gucken ob wir da kommt nur all in denk ich auch und weil ich mir wohl in vor ja auch mal hochgucken adepten stalker ja die grenzen sich selber morlin vor da müssen wir nur verteidigen das ging eigentlich immer recht gut hin oder da kommen sie es ist eine sonde Er wurde an der Map, wo ich nicht creepen kann, ey, es zum Kotzen. Tja, tut mir leid. Der andere wird wahrscheinlich auf Flieger gehen. Und er hat auch Doppelgate gebaut, ne? Ja, beide Doppelgate, aber wir können trotzdem into Flieger. Ne, klar. Ist eigentlich immer into Flieger bei Protoss, oder? Ah, ne. Außer bei dir, weil du willst es nicht so spielen. Ich spiel nicht gerne Flieger. Aber die meisten machen doch into Flieger. Nicht unbedingt, wie gesagt. Teleportation erfolgreich. Ja, da müsste der Push eigentlich langsam kommen. Falls überhaupt ein Push kommt. Nicht genügend Energie. Ich glaub nicht, dass dann... Jetzt glaub ich langsam mit Kalten nicht mehr im Push. Guck mal, mit zu wohligen Scouten. Die Ge-Exed haben draußen. Hallo, Linge. Miss-Klick. Hoffentlich sind die beiden Linge jetzt damit in der Gruppe drin. Ich weiß es nicht. Das Spiel macht mich heute fertig. Das und das und das. Und jetzt 1000 Wohnen bauen. Ja, ich verspielen heute auch ein bisschen. Also, sie haben draußen nicht ge-exed. Das heißt, sie haben ihnen bestimmt die Gold genommen. Wollte ich das eigentlich grad machen? Das werde ich mal machen. Ja, da kommt bestimmt ein Double Flieger. Kann schon sein. Das heißt, ich geh mal wieder Hydras. Ich geh mal gucken, ob sie das Ding haben. Nein, nein. Wir exen jetzt grad erst. Auf den Schwingen der Gerechtigkeit. Okay. In erinnert schon. Vorne kommt jetzt was. Nee. Kopfschirr. Ich sehne mich nach dem Kampf. Und Urokals kommen zwei Stück. Schnell da hin. Schnell da hin. Schnell da hin. Armee. Oh, das ist viel, was die haben. Ich weiß. Wir müssen irgendein unseren Power entpalten. Auf den Schwingen der Gerechtigkeit. Und ich gestreiten die Galaxis. Ich versteh is nicht Warum sind wir nicht schon aus der Hotorder herauf? Ich versteh's nich. Die Kette. Schnell die h jersey die und die. Ja da hin. Hast du keine Truppen? Oh, ich glaube, da wurden alle gestorben. Ja, bei mir ist jetzt alles down. Ach, der hat oben... Ja, der hat mir den Echo weggemacht. Kein Wunder. Ach, wer hat diesen scheiß Griff benutzt, ey. Ja, haben wir gewonnen. Ich bin raus, komplett. Nur Produktionsgebäude für... für Worker. Klar. Einer geht da immer auf Flieger, ist doch... Klar. Also, wenn du Gas hast, würde ich kein Gas nehmen. Äh, 150 Map, schnell. Bis es die Orakel siegen können. Oh, die sind echt böse. Ja, das haben wir schon verloren. Ja, das haben wir schon verloren. Keine Armee. Keine Ressourcen, kein Inkommen. Also, wenn du sie nicht fertig machst... Oh, ich hab schon Inkommen, aber... Na, die Pferde... Ich hab schon Inkommen, aber... Na, die Pferde... Ich bin jetzt gemütlich Echsen. Hör mir auch. Komm gleich mit ordentlichen Fliegern. Mineralien. Wir haben nicht geliebt... Da klingelt es... Da kommt meine Mutter... Das sind die Ohren kurz. Oh, Rakel. ja wenn du es nicht verstanden ich wusste nicht was du meintest ja ist klar können wir rausgehen das ist absolut traurig das spiel das ist vorbei gg und dann sagt bitte das in meiner base nicht da kommen zwei oder wo denn die waren bei mir darüber ja dann musst du sagen dass sie darüber kommen ich habe das nicht mitgekriegt das schlecht ich habe mich auf die army vorne konzentriert na gut dann sehen wir uns im endgarten und das sind wir auch schon wieder abspannen wir haben irgendwas hat euch gefallen und würden uns freuen wir uns wieder bei uns einschalten wer nichts verpassen wir kann natürlich wie immer kostenlos unten links abonnieren oben rechts findet ihr ein anderes bei uns und unten rechts ein starcraft projekt dann schaltet auf morgen wieder ein und tschüssi eure mutter mande